Unter dem vom März bekannten Motto People Not Profit laden die österreichischen Fridays for Future Bewegungen an diesem Freitag zur Klimademo Nummer 11 auf und fordern dabei eine Energiewende für alle. In Wien geht es diesmal vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring Richtung Heldenplatz. Auch in sechs weiteren Bundesländern wird unter anderem für das weiterhin ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Die Organisation Fridays for Future gibt es seit einigen Jahren. Im Jahr 2018 hatte sich ein junges Mädchen aus Schweden namens Greta Thunberg vor das Parlament gesetzt und für das Klima demonstriert. Im Jahr 2021 haben weltweit Millionen Menschen an den Klimastreiks teilgenommen. Neu ist die Forderung nach einer Energiegrundsicherung. Diese Grundsicherung soll den Österreichern einen Anteil an Energie kostenfrei zur Verfügung stellen. Der darüber liegende Verbrauch soll dann zunächst moderat und im weiteren Verlauf immer stärker steigen. Auf diese Weise würden die Menschen auch zum Energiespar motiviert. Die Länder sollen auf erneuerbare Energie umsteigen. Erneuerbare Energie ist zum Beispiel Wasserkraft, Windkraft oder Sonnenenergie. Auch wird dafür gestreikt, dass es weniger Treibhausgasproduktion geben soll. Treibhausgase entstehen durch Fahrzeuge und Fabriken. Die Treibhausgasproduktion soll bis 2050 um die Hälfte reduziert werden. Fridays for Future richten auch eine Botschaft an die Regierungsparteien. Demnach solle die ÖVP die Blockadehaltung beim Klimaschutzgesetz beenden, während die Grünen aufgefordert wurden, nicht noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. Die Schiffff Die Schiffff